Hallo Leute was geht? Ich bin hier gerade bei einer Runde Conquest bei Minecraft und ja, ich weiß nicht genau wie das geht. Okay, ich glaube ich bin in Team Blau und ich denke mal wir müssen Team Rot killen. Na gut, dann schauen wir mal. Ah, wir müssen die Säulen einnehmen. Okay. Nein, alles hier. Ah, mal gut. Ganz schnell dahin. Oh, oder so. Oh. Oh ja, alles rot. Hm, okay. Nur eine Brust. Granate. Musste man sich an Anfang ein Kit aussuchen, womit man spielt. Hm, keine Ahnung. Wie gesagt, ich kenne mich hiermit nicht so aus. Okay, ich denke, wenn man Leute killt. Dann kriegt man ein Level Up. Mit dem Level Up kann man sich glaube ich hier dann Sachen kaufen. Was? Oh, das habe ich schon. Oh und Kopf hier. Hm, keine Ahnung. Was? Oh, so war's. Oh, so war's. das war so dann nochmal schnell ich glaube jetzt weiß ich wie das geht erstmal team aussuchen und gleichmäßig ok gut Klasse wählen Handbuch Level Up Sniper Sniper Habe ich jetzt einen Sniper oder nicht? Jo jetzt habe ich Sniper an und oder das ist W500 Foundation das die Okay, gut. Gut, jetzt weiß ich zum Beispiel, dass man am Anfang des Spiels ein Kit aussuchen muss, was ich vorher nicht gemacht habe. Okay, gut. Das habe ich schon gewundert, warum ich zwei Armbrüste habe. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Okay, gut. Gut, jetzt ist er gar nicht lang. Hier auch nicht. Gut. Okay, das war jetzt eine Runde Conquest. Ich weiß wenigstens, wie das auch geht. Gut. Ich hoffe, beim nächsten Mal bin ich besser. Aber beim nächsten Mal werde ich jetzt Aura spielen. Und ja. Dann mal schauen, wie es beim nächsten Mal bei Aura klappt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Auf Wiedersehen. Okay. Okay. Okay.